Wir haben uns von einer Partie von unseren Menschen getrennt. Ich bin gegangen und recherchiert, damit wir die Batterie zusammen attacken können. Der Kommandant will nicht, dass wir diese Löhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Was machen wir mit dem Karl? Nichts brauchbares zum festen Anziehen. Alles im Westen. Du kennst deine Befehle. Erschieß ihn einfach. Oh mein Gott. Repose in paix, mein frère. Die Allemands können nicht mehr kommunizieren. an und sagt wir bräuchten was Schallgedämpftes, das habe ich aber schon mal vermängelt dann würde man einfach durchs Ding ins Korben Stg wird durch Stg ersetzt hier haben wir noch mehr Schuss hier 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 da kann man nicht rum Nein. Einen Fallschirm oben drin. Einen Fallschirm. Einen Fallschirm! Susan! Matt, man! dwarfen it! Einen Fallschirm! anticipate make no nieuwe Halt uns an! Aufstieg! Dendrum! Was macht der denn, wenn wir tanzen? Wollen wir jetzt zu zappeln oder trifft man dich ja gar nicht? Wo ist man das denn? So! 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 Garber! Tant de vies perdues. Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Oh, il brenne. Ich kann sich nicht sehen. Hört mir! Das sind hier jetzt meine Kumpels wieder, ja? Okay. Ja, 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 ja! 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 Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Was ist das? Das Ding ist immer noch ganz. 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 Das Ding ist immer kaputt. Okay, irgendwo lag hier noch dieser andere Sprengsatz. Jetzt brauchen wir den wahrscheinlich. Das Ding ist immer noch nicht. Das Ding ist immer noch ganz. 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 Ich find's. Entweder nehm ich sich oder wir sterben. Hm. Hm. Es ist eine Krieg. Eine riesige Maschine. Keine Rufe. Keine Rufe. Eine Zeit, es gibt nur zwei Lösungen. Die Todes und die Überleben. Keine gute Idee. Verwalt. Verwalt. Das sind die Untertitel. Jetzt wird nur noch der hessische Panzer Okay Ja. 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 Das ist eine große Herausforderung. Wir müssen uns von diesen Körner entfernen. Ich bin der Kuh. Ich bin der Kuh. Ich bin der Kuh. Ich bin der Kuh. Die Kuh-Geräusche hatten alles. Und wir haben fast nichts. Wir mussten so volen ihre Herd für sie gegen sie. Wir mussten sie gegen sie. Es gab natürlich auch in den Kuh-Geräuschen. Der Kuh bleibt nie mit. Es zu bleiben! địuen Sie sich. Oh, come on! Meine Freunde, wir werden die Flüsse zurückkehren. Das wird nicht leicht. Ich muss die Flüsse zurückkehren. Ich muss die Flüsse zurückkehren. Die Flüsse sind da. Ihr könnt sie sehen. Achtet mir jemanden. Ich habe keine Flüsse. Ein Flüsse ist da. Ok. Okay. Okay. C'est parti. On doit se débarrasser de ces canons. C'est parti. 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 Es ist ein Nebel dafür. Oh. Oh. Okay. Ich glaube, wir machen mal schnell einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, und damit willkommen zurück im Battlefield 5. Gut, dass wir gerade einen Cut gemacht haben. Meine Festplatte wäre sonst gleich voll gelaufen. Was machen die denn? Ja gut, wir gehen da rein. Zorro. Komisch, dass keiner ein Vorhof ist. Was machen die Soldaten der Elite super équipen, wie die Allemands. Contrairement à eux, wir hatten keine Arme von Pond. Und wir hatten keine Arme von Pond. Und wir hatten keine Arme von Pond. Wir haben einen Sorbon und 이번에�teば. Wah-oh-oh-oh-oh. Nein. Nein! Ja, hilft mir noch. Hier werden wir gnadlos verricken. Alter! Puh! 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 Dem Nundi! Puh! Das ist einul paired. Rem Fox! Er hatte Frauenkinder, wie er uns erzählt hat. Okay. Die Sonnenlösche, da so übelst du ruhig. Die Sonnenlösche. Okay. 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 Man fehlt auf diesem Vorderraum. Aber ich weiß, was wir gemacht haben und ich bin froh. Ich bin froh. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.